Der Norddeutsche Rau wie das Meer, stürmisch wie der Wind, fein wie der Sand Betrachtung im Wandel der Zeit Unterstützt von www.musicfox.com GEMA-freie Musik, kostenlos Idee, Text, Umsetzung und am Mikrofon Heiko Janusz Moin Klimawandel – anders als du denkst Alle Welt redet vom Klimawandel. Und das schon seit Jahren. Dabei dreht es sich offensichtlich immer um das Wetter. Es geht also um klimatische Wetterveränderung. So wie ich das verstehe, geht es darum, dass erzählt wird, es würde immer wärmer und wärmer, heißer und heißer werden. Das Klima ändert sich. Und weil das so ist, müssen die Regierungen etwas machen, um diesem vermeintlichen Klimawandel entgegenzuwirken. Die Menschen wollen die Erdtemperatur künstlich senken und beeinflussen, um so etwas zu verhindern, was sie meines Erachtens gar nicht verhindern können. Nun ja, sie manipulieren schon seit Jahrzehnten das Wetter. Geoengineering nennt man das wohl. Manipulative Wettermaßnahmen mit riesigen technischen Anlagen, sogenannte HARP-Anlagen. HARP steht für High Frequency Active Auroral Research Program, zu Deutsch Forschungsprogramm zur hochfrequenten Sonnenaktivität. Das ist ein US-amerikanisches ziviles, ursprünglich auch militärisches Forschungsprogramm, bei dem Radiowellen zur Untersuchung der oberen Atmosphäre, insbesondere der Ionosphäre, eingesetzt wurden. Auch Flugzeuge, die diverse Mittelchen in den Himmel sprühen, werden eingesetzt. Was genau das ist, das muss hier jetzt nicht erklärt werden. Da findet man Informationen in einschlägigen Seiten im Internet. Ich sage nur Stichwort Chemtrails. Weil ja das Klima sich ändert und alles heißer wird, müssen Maßnahmen zum Schutz der Menschen ergriffen werden. Die ganzen Regierungen sind ja bestückt mit Leuten, die nur das Wohl der Menschen im Blick haben. Deshalb gibt es ja auch so viele Kriege, Pandemien und Zwangsimpfungen. Alles nur zum Schutz der Menschen. Wer das glaubt, nach drei Jahren Kronenmikrobe, der hat immer noch nichts verstanden. Und man muss den CO2-Gehalt reduzieren. Ohne CO2 würde es kein Pflanzenwachstum geben. Auch im technischen Bereich wird Kohlenstoffdioxid angewendet. Zur Kühlung als Trockeneis, in Feuerlöschern, in der Lebensmittelindustrie als Kohlensäure in Getränken oder als Lösungsmittel. So, so. Ohne CO2 gäbe es also kein Pflanzenwachstum. Da fällt mir doch so glatt die Photosynthese ein. Wikipedia schreibt dazu Folgendes. Die Photosynthese ist ein physiologischer Prozess zur Erzeugung energiereicher Biomoleküle aus energieärmeren Stoffen mithilfe von Lichtenergie. Sie wird von Pflanzen, Algen und manchen Bakterien betrieben. Bei diesem biochemischen Vorgang wird Lichtenergie mithilfe von lichtabsorbierenden Farbstoffen wie Chlorophyll in chemische Energie umgewandelt. Diese wird dann genutzt, um aus energiearmen anorganischen Stoffen, vor allem Kohlenstoffdioxid und Wasser, energiereiche organische Verbindungen, vor allem Kohlenhydrate, aufzubauen. Bäumen schadet CO2 nicht. Sie brauchen es sogar. Sie nehmen es auf und wandeln es in der Photosynthese mithilfe der Energie, des Sonnenlichts in Traubenzucker, der unter anderem aus Kohlenstoff besteht, und Sauerstoff um. Das geht nur bei Blättern, die den grünen Blattfarbstoff Chlorophyll enthalten. In Deutschland will die rot-grüne Regierung alles auf das Niveau des frühen Mittelalters zurückführen. Keine Autos, keine Industrie, keine Bäume, keine Wirtschaft, kein Atomstrom und so weiter. Dafür nur alternative Energieformen wie Windräder, Solar und vieles mehr. Da kommt es dann auch schon mal vor, dass Wälder diesen Projekten weichen müssen. Da berichtet T-Online am 29.10.2022 folgendes. Ich zitiere mal. Grünheide bei Berlin. Tesla rodet 70 Hektar Wald für Ausbau. Tesla will in Grünheide anbauen. Dafür werden nun 70 Hektar Wald gerodet. Doch die Pläne des US-Autobauers für das Werk gehen schon weiter. Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion in Grünheide bei Berlin vergrößern. Derzeit werde die nächste Ausbaustufe auf dem bestehenden Gelände vorbereitet, um die Kapazität zu erweitern, hieß es am Freitag aus dem Unternehmen. Dafür werden seit Freitag 70 Hektar Kiefernwald gerodet. Die Genehmigung für die Rodung liege bereits vor. Ach ja. Zitat Ende übrigens. Ach ja. Und sämtliche Heizungsvarianten sollen aufgrund des Klimawandels in Deutschland verboten werden. Inklusive Kaminöfen. Hm. Was für ein Wahnsinn. Der Klimawandel bringt es auch mit sich, dass man kein russisches Gas mehr benötigt. Doch, man benötigt Gas, aber nicht aus Russland. Deswegen bezieht man das teure Gas aus anderen Ländern, die sich von Russland beliefern lassen. Und die bundesdeutsche Regierung kauft dann dieses viel teurere Gas wieder ein. Was für ein Pharisäertum. Aber zurück zum Klimawandel. Für mich sind das alles nur fadenscheinige Geschichten und Ausreden. Weil es um etwas ganz anderes geht. Man möchte die Menschen auf der Welt kontrollieren und versklaven. Klingt vielleicht etwas hart, ist aber so. Wer weiß denn schon heute, was Freiheit ist? Doch keiner so wirklich. Die Gutmenschen in den Regierungen und deren Hintermänner und Schattenmänner haben anderes vor. Ihre Agenda läuft und man möchte gerne eine neue Weltordnung aufbauen. Aktuell kristallisiert es sich heraus, dass die WHO da vielleicht eine interessante Rolle spielen soll. Die WHO als Weltregierung, die immer bestimmen kann, wann eine Pandemie stattfindet und welche menschenunwürdigen Maßnahmen dann einzuleiten sind? Zu was diese Leute imstande sind, haben wir ja in den letzten drei Jahren gesehen. Drakonische Maßnahmen haben sie durchgeführt und ein Großteil hat das alles mitgemacht. Ein Großteil der Menschen. Und würde es wohl auch wieder mitmachen. Wie sagt man so schön? Nichts dazugelernt. Diejenigen, die hier immer wieder auf eine neue Weltordnung pochen und den Klimawandel forcieren, indem man mittlerweile junge Menschen kauft, damit die sich dann auf die Straße setzen und den Verkehr lahmlegen, diejenigen also vertreten eine ganz bestimmte Richtung. Es sind Demokraten. Sie vertreten die Demokratie und tun so, als ob das die einzige Form wäre, die richtig sei. Der demokratische Westen mit dem ganzen Lug, Betrug, die Unwahrheiten, die Kriege, die Manipulationen, die Quälereien von Menschen. Alles im Rahmen der Demokratie. Und was findet noch unter dem Deckmäntelchen der Demokratie statt? Da ist der ganze Politikersumpf. Die pädophilen Thematiken. Die Korruption. Der Menschen- und Kinderhandel. Der Drogenhandel. Die Genderpolitik und diese neue LGBT-Geschichte. LGBT ist eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung. Für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. Also auf Deutsch Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender. Und in dieses Horn stößt auch mittlerweile die evangelische Kirche. Ich war entsetzt, als ein schwarzhäutiger Mann mit Afrofrisur, der offensichtlich ein Pastor zu sein schien, auf dem diesjährigen Kirchentag sagte, Gott ist queer. Queer ist hier die englische Bezeichnung für schwul. Also hat dieser Pastor gesagt, Gott ist schwul. Nun ja, ich würde sagen, das ist eindeutig Gotteslästerung und sollte jeden Christen und auch Moslem auf die Palme bringen. Sowohl das Christentum als auch der Islam sind monotheistische Religionen und mir ist an keiner Stelle bekannt, dass Gott auf Schwulsein festgelegt werden kann. Vor allem von vermeintlichen Gläubigen, die sich anmaßen, selbst Gott zu spielen. Man könnte das auch als Scheinheiligkeit bezeichnen. Blasphemie ist es allemal. Und da sind wir dann auch schon bei den Christen, die sich nach außen zeigen wie ein bunter Haufen Verrückter. Gender, bunt, ideologisiert, aggressiv, gefährlich. Sie stehen nicht auf der Seite Gottes. Sie vertreten wohl eher die Seite des Antichristen. Und wer das ist, kann sich jeder an den zehn Fingern abzählen. Und diese Wesenheiten verstecken sich nicht mehr. Das ganze Teufelszeug wird immer sichtbarer. Ich will es mal so krass formulieren. Bitte nicht erschrecken. Sie gehen nicht mehr diskret aufs Klo. Nein, sie scheißen mitten auf den Tisch. Und alle können es sehen und riechen. Und es ist ihnen egal. Da sind wir mittlerweile angekommen. Der Antichrist, der Teufel, treibt sein Spiel immer offensichtlicher. Deshalb sind für mich demokratische Strukturen mittlerweile reine Lügenstrukturen. Demokratie, die Herrschaft des Volkes, ist Quatsch. Weil das Volk nicht herrscht, sondern von dunklen, teuflischen Herrschern manipuliert wird. Und das schon seit vielen Jahrhunderten. Verschwörungstheorie, werden jetzt wieder einige sagen. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Die Abgründe hier auf dieser Welt sind schlimmer und tiefer, als wir es uns vorstellen können. Ich rede hier nicht von satanischen Ritualen. Aber wer Satanismus erleben will, der schaue sich mal Musikvideos von Madonna, Miley Cyrus und anderen an. Was der Teufel und die dunklen Strukturen überhaupt nicht mögen und nicht wollen, sind Menschen, die gottgläubig sind, gewisse Werte und Tugenden haben und ihr Leben aufbauen auf Grundlage von Vater und Mutter, auf Kindern und auf die Familie als kleinste von Gott gegebene Organisationsstruktur. Diese Menschen haben eine Verbindung zum Schöpfer. Sie wollen im Einklang mit den Menschen und mit der Natur und Mutter Erde leben. Es sind Patrioten, die ihr Land lieben. Auch im Wort Patriot steckt der Vater, der Gottvater, der Schöpfer. Das mag der Teufel ja nun gar nicht. Will die demokratische, antichristliche Gemeinschaft nun eine neue Weltordnung, eine unipolare Weltordnung, um die Menschen zu verslaven und zu kontrollieren, wollen die anderen, die gottverbundenen, genau etwas anderes. Sie wollen eine freie, friedliche und auf Werte, Achtung, Respekt und Wahrheit aufgebaute Gemeinschaft. Und hier beginnt jetzt der wirkliche Wandel. Der Klimawandel weg von den Demokraten hin zu den Patrioten. Das Geldsystem kippt so langsam, der Dollar löst sich langsam als Weltwährung auf. Die BRICS-Staaten nehmen Fahrt auf und lösen die G-Staaten in ihrer Bedeutung ab. Das alte demokratische System, welches auf Lügen und Betrug aufgebaut ist, das wird verschwinden. Die korrupten Politiker, die korrupten Regierungen und die ganzen Verbrechen, die im Namen von Demokratie, der Kirche und vielen anderen Institutionen verübt wurden, werden verschwinden und sich auflösen. Und diejenigen, die das gemacht haben, werden zur Verantwortung gezogen werden. Das kündigt sich jetzt schon an. Mit welcher Macht der demokratischen Strömungen wird der ehemalige Präsident Donald J. Trump bekämpft? Und warum? Warum ist er für das Establishment so gefährlich? Wir werden es sehen. Und wir werden es bald sehen. Weg vom Materialismus und weg von diesem unsäglichen Kontroll- und Überwachungsszenario und weg von der unsäglichen, machtvollen Pharmaindustrie, die ebenfalls Teufelswerk ist. Aber das geht nicht ohne Widerstand. Natürlich will die dunkle Seite nicht einfach so aufgeben. Sie kämpft ums Überleben. Und zwar mit allen Mitteln. Aktuell planen sie ja noch einen weiteren Angstporno. Aus diesem Grunde üben sie wohl schon fleißig Krieg im Luftraum von Deutschland. Sie wollen noch einmal so richtig auf die Kacke hauen. In der Ukraine, mit Militärflugzeugen, Kampfjets und dem ganzen Pipapo. Sie wollen es krachen lassen, Putin provozieren und so eine militärische Eskalation herbeiführen. Bevor sie die Ukraine fallen lassen werden. Und mit ihr, ihren Führer, Volodymyr Zelensky. Das ist der eigentliche Klimawandel, der sich im Hintergrund breitmacht. Weg von den Seilschaften der demokratischen Strukturen und hin zu einem Weltbild, welches auf Wahrheit, Freiheit und Frieden aufbaut. Und wo die Menschen im Mittelpunkt stehen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Selbst Schöpfer sind und nicht blind gehorchen, manipuliert und drangsaliert werden. Natürlich setzt das einen wachen, denkenden Geist voraus. Wer hier immer noch sein altes Weltbild zurückhaben möchte, der hat leider nichts verstanden. Er hat diese Klasse der Schule des Lebens leider nicht geschafft. Er hat die Prüfungen in der Schule des Lebens nicht bestanden und wird somit auch nicht versetzt. Es ist so, wie wenn ein Bus an einer Bushaltestelle anhält und einige einsteigen und weiterfahren in eine neue, bessere und friedvollere Zukunft und die anderen dumpf an der Bushaltestelle stehen bleiben, nichts tun und einfach stumpf weiter warten. Ohne zu begreifen, dass ihr Bus gerade abgefahren ist. Das ist der Klimawandel. Nicht irgendwelche warmen oder heißen Sommer. Das hatten wir doch früher schon. Der Klimawandel ist ein geistiger Klimawandel. Ein Erkenntniswandel hin zu einem neuen Zusammenleben und neuen freien Möglichkeiten. Darum geht es. Mit Klima kann auch das zwischenmenschliche Klima gemeint sein. Der Konkurrenzkampf, der überall herrscht, der Neid, der Hass, das Verlogensein. Es ist ein vergiftetes Klima, welches sich ändern darf. Es geht um Liebe und um Mitgefühl, um Achtung und Wertschätzung und um Gemeinschaft. Und das habe ich ja nun schon des Öfteren gesagt. Das ist der Klimawandel auf der zwischenmenschlichen Ebene. Auch geht es um ein neues Freiheitsklima und nicht dieses Systemgefängnis, in dem wir alle schon so viele Jahre lang leben. Es ist ein künstliches, unnatürliches System, welches einem wirklich auf Freiheit aufgebauten Lebensmodell und Gemeinschaftsmodell weichen muss und weichen wird. Das ist der Klimawandel. Wir brauchen keinen Krieg, keinen Hass, keine Wut, keine Lügen und keine Versklavung. Wir brauchen Freiheit, Frieden und Liebe. Das ist der Klimawandel, in dem wir uns befinden. Und dieser Wandel wird kommen. Alle Ideologien werden daran nichts ändern. Weder Links-, Grün-, Gender-, LGBT-Ideologien noch andere Ideologien. Ideologien, die uns vorschreiben wollen, wie wir zu leben haben und wie wir unser Leben zu gestalten haben. Mit Einschränkungen, mit Kontrollen, mit Sanktionen. Mit Impfungen und diesen ganzen wahnsinnigen Dingen, die sich die Dunklen so ausdenken im Rahmen der Demokratie, die keine Volksherrschaft ist, sondern eine Diktatur. Denkt an George Orwell. Zuerst ist Frieden ein Zustand, der wirklich friedlich zu nennen ist. Aber dann wird umgepolt. Und irgendwann ist Frieden ein Zustand des Krieges. Dann ist Frieden Krieg. Und der Kriegszustand dann Frieden. Genauso sind die Grünen. Als vermeintliche Friedenspartei und Ökopartei angetreten, entpuppten sie sich doch jetzt als Kriegstreiber und menschenverachtende Truppe von Leuten, die nichts anderes wollen, als zu zerstören. Aber da waren wir ja schon. Das ist der Klimawandel. Der Klimawandel, der die Menschheit verändern wird. Und ja, es werden nicht alle das hier verstehen, obwohl sie genug Zeit hatten, sich zu informieren und ihre Meinung über viele Dinge zu ändern und einen neuen gedanklichen Weg zu beschreiten. Einen Erkenntnisweg, der jeden Menschen zu sich selbst führt, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und führen zu wollen. Das werden viele nicht begreifen. Und somit werden sie es auch nicht schaffen. Aber das ist ein anderer Aspekt und den wollen wir hier nicht weiter ausführen. Hierzu habe ich noch einen Text von Christina von Dreien gefunden, den ich aus ihrem Newsletter habe. Er ist aus dem Love-Stream 21 vom 22. Juli 2023. Ich zitiere. Frage an Christina. Wenn wir wissen, dass wir mit Gedanken und Gefühlen unsere Realität erschaffen, haben wir ja eine große Verantwortung für unsere Gedanken, die ja auch die Gefühle erzeugen. Wird diese Tatsache, dass unsere Gedanken so mächtig sind, von denjenigen, welche die Erde kontrollieren möchten, genutzt? Antwort von Christina. Ja, das wird sie. Wenn Sie auf der physischen Ebene etwas manifestieren wollen, zum Beispiel einen Krieg, können Sie das nicht einfach so. Denn das Bewusstsein der Menschen muss dem möglichst zustimmen. Wenn alle Menschen keinen Krieg wollen würden, also egal wer mit wem, dann könnte auch keiner entstehen. Weil alle so ausgerichtet sind, dass sie das nicht wollen. Wenn man die Menschen aber dazu bringt, dass sie glauben, Krieg sei nötig oder für irgendetwas gut oder dass die anderen so böse seien, dass man das jetzt halt einfach tun müsse, dann geben die Menschen ja ihre innere Zustimmung dafür. Somit besteht dann für die Mächte im Hintergrund die energetische Erlaubnis der Menschen, dass dies geschehen kann. Deshalb sind die Medien ja so gesteuert, dass sie uns klar vorgeben, das ist gut, das ist nicht gut. Wenn wir wollen, dass uns diese Beeinflussung nicht erreicht, müssen wir zuerst wissen, dass dies ganz bewusst getan wird. Sonst gehen wir ja davon aus, dass alles richtig ist, was uns gesagt wird, und bemerken gar nicht, dass das mit uns passiert. Wir müssen also wissen, dass unsere Gedanken gezielt genutzt werden. Das ist zwar nicht wirklich schön, aber nur so können wir das ändern und schauen, dass man unsere Gedanken nicht in diese Richtung lenkt. Unsere Gedanken, was wir damit machen und wohin wir sie lenken, sind extrem wichtig. Sie bestimmen unsere Realität und worauf wir unseren Fokus setzen. Warten wir also ab, was in der nächsten Zeit noch so passieren wird. Es wird bestimmt noch recht spannend. Bis dahin grüße ich euch und ich wünsche euch eine gute Zeit. Seid achtsam und beobachtet. Herzliche Grüße, euer Heiko Wir sind ehrlich gesagt. Ich wünsche euch ein wenig, wir sindик und wir sind glückliches Zeichen. Ich wünsche euch ein wenig, wenn wir uns helfen können. Wir sind ein wenig, was wir wissen, dass wir jetzt allein bei uns nicht möglich sind. Wir sind glückliche und glückliche Geräusche. Wir sind glückliche Geräusche. Wir sind glückliche Geräusche. Ich wünsche euch die Fitzger allowing uns überlegen. Ich wünsche euch das einfach zu beobachten. Untertitelung des ZDF, 2020